Ich bin Gabriel und ja, heute ist der erste Livestream, den ich jemals gestartet habe. Ich spiele auch hier jetzt keine Musik ein, da ich ja natürlich mit den Copyrightsvorschriften kein Problem haben will. Mystery Boy. Auf jeden Fall ist es... Auf jeden Fall, warte, okay, warte, ne, die Musik ist ein bisschen anders. Ich werde auf jeden Fall, ja, ne, können wir vielleicht andere Musik haben, so, äh, was könnten wir denn jetzt nehmen? Auf jeden Fall habe ich heute meinen ersten Livestream von meinen Zuschauern, die mich verabscheuen. Äh, äh, ja, auf jeden Fall, ähm. Wollte ich auf jeden Fall nach einer passenden Musikgrad nochmal unterwegs sein, da merke ich mich gleich. Und heraus kam, ich hab gewonnen. Nein, okay, nein, es reicht mir jetzt, du, du, du bist gefällt. Und da finde ich sieben, brauche ich die. Auf jeden Fall wollte ich auch demnächst mal mit einem Podcast anfangen, den dann, wo ich mich wirklich sehr drüber freuen würde, Mystery Boy, wenn das dann, Leute, Mystery Boy und das dann, Mystery Boy, äh, Mystery... 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 Ich hab' wund... Und... in demnächst... Ein, wenn ich dann halt mit einem Podcast anfange und den dann... Und den dann... Und da würde ich mich sehr freuen, wenn, sagen wir mal, so fünf... Zuschauer den sich anschauen würden. Fünf ist schon gewaltig! Weil, wie heißt es so schön, 5 ist mehr als 4 und, aber weniger als 6. Super. Mach dir auf das Haus. Und ja, ich wollte auf jeden Fall auch mal noch kurz sagen, dass ich es auf jeden Fall sehr cool finde, dass mein Abo-Special kam ja extrem gut bei euch an. Danke. Das bedeutet mir viel. Deshalb, ich habe aus Spaß nur gesagt, dass das ein Livestream ist, aber das ist gar keiner. Aber ich habe so gesagt, genau. Gesagt, genau, genau, ja, ja, was. Und ja, deshalb mache ich das Video. Ich wollte mich, ich weiß, das Abo-Special ist schon ein Weil her, aber ich habe schon seit dem Fragen-Video eigentlich nichts mehr auf diesem Kanal hochgeladen. Ich weiß, es tut mir auch wirklich leid, dass da traut ihr auch wirklich sehr darum. Okay, schauen wir uns doch mal ein paar Kommentare an unter dem Video an. Halt's Maul, du dummer Lappen. Okay, ja, das war nur ein Hater. Gucken wir mal den nächsten. Vielleicht ist ja der nächste ein bisschen besser. Schauen wir uns den nochmal an. Halt's Maul, du dumme Banane. derware ich so steig es die tottienischen zunge in eines Auto-Rotterie. Oh, äh. Okay, der ist wirklich aber sehr gut. Wieso leckst du dir nicht an einer Auto-Rotterie? Schon wieder? Also ja, das war's damit im Video und ich... Ich, Gabriel. Ich will euch nochmal wirklich für den krassen Support bedanken.